Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt sind Sie also in einem MOOC, einem Massive Open Online Kurs und für viele ist es vielleicht der erste. Daher nutzen wir die Gelegenheit gleich zu Beginn dieser ersten Einheit ein bisschen was über MOOCs generell zu erzählen und Ihnen ein paar Tipps zu geben, wie man in einem MOOC am besten lernen kann. Was sind überhaupt MOOCs und welche gibt es? MOOCs gibt es seit dem Jahr 2008 und sie kommen aus den USA bzw. aus Kanada, wo schon die ersten MOOCs tausende von Teilnehmerinnen hatten. Heute spricht man von einem MOOC bereits auf einer Zahl von 150 Personen. Das ist die sogenannte Danbar-Zahl, nämlich jene Zahl von Personen, die das menschliche Gehirn noch gut verarbeiten und unterscheiden kann. Traditionell gibt es zwei Hauptformen von MOOCs, nämlich den X-MOOC und den C-MOOC oder C-MOOC. Das X im X-MOOC steht für Exponential oder Extension und meint die große Anzahl von Personen, die man damit erreichen kann bzw. die Erweiterung oder eben Extension des Hörsaals oder des Kursraums. X-MOOCs sind stark auf die Vermittlung von Inhalten ausgerichtet, auch wenn es dabei Übungsmöglichkeiten gibt. Es gibt recht klare Strukturen und auch definierte Lernziele. Zum Einsteigen in ein digitales Lernformat ist der X-MOOC gut geeignet und ist die einfachere Form und passt auch gut für Zielgruppen, die nicht so viel online arbeiten. Der EB-MOOC ist so ein X-MOOC, wenn gleich mit einigen Anreicherungen. Daneben gibt es den C-MOOC oder C-MOOC und hier wird sehr großer Wert gelegt auf eine gemeinsame Wissenskonstruktion. Das C steht für den konnektivistischen Ansatz. Das bedeutet, dass hier vieles erst während des MOOCs im Netzwerk und mit den Teilnehmerinnen gemeinsam arbeitet wird. Und die Lernergebnisse sind daher individuell unterschiedlich und auch nicht planbar und nicht vorhersagbar. Inzwischen gibt es noch mehr als diese beiden Typen. Im Bericht der Deutschen Hochschulrektorenkonferenz aus dem Jahr 2014 werden zum Beispiel die Begriffe des S-MOOCs, also eines kleineren Small MOOCs erwähnt, oder auch des B-MOOCs, also des Blended MOOCs. Die Details dazu lassen wir hier jetzt mal beiseite. Die Gemeinsamkeit bei allen diesen Formen ist, dass es bei MOOCs immer um einen offenen Online-Kurs geht für eine größere Teilnehmerinnenzahl. Offen bedeutet jedenfalls frei, zugänglich, jeder und jede kann teilnehmen und es ist auch wirklich eine Einladung an alle damit verbunden. Bei den Kursen auf der Plattform iMOOCs bedeutet offen, außerdem kostenfrei. Im Fall von iMOOCs sind außerdem alle produzierten Materialien mit offenen Lizenzen versehen. Das heißt, man darf sie weiterverwenden, in unserem Fall auch verändern oder kommerziell nutzen. Sie müssen nur den Urheber oder die Urheberin dafür anführen. Diese offene Lizenzierung der Materialien ist nicht der Regelfall in allen MOOCs. Sie entspricht aber dem Anliegen, mit MOOCs wirklich die Bildung für alle zu öffnen, mit dem Zugang für alle unter Kostenfreiheit und der offenen Lizenz kommen wir diesem Ideal schon ziemlich nahe. Natürlich braucht man trotzdem einen Internetzugang, um teilzunehmen und generell werden MOOCs bisher bevorzugt von Akademikerinnen besucht. Es ist also noch nicht so ganz gelungen, mit MOOCs die Bildung zu demokratisieren, aber wir sind auf dem Weg. Wie kommen wir nun auf die Idee, dass Erwachsenenbildnerinnen MOOCs für ihre eigene Weiterbildung nutzen sollten? Da sehen wir ein paar ganz konkrete Vorteile. Ein erster großer Vorteil, und das sehen Sie ja jetzt gerade selber, ist, dass man teilnehmen kann, wann und wo man möchte. Also man kann es sich auch zum Lernen bequem machen und sozusagen die Füße hochlegen. Zweitens ist ein MOOC eine sehr strukturierte Form des multimedialen Lernens. Das heißt, alle Ressourcen sind an einem einzigen digitalen Ort versammelt und man erspart sich als Teilnehmerin, die Arbeit selber Material zu sammeln. Das gehört sozusagen zum Lieferservice des MOOC dazu. Der dritte Vorteil ist das Diskutieren mit anderen Erwachsenenbildnerinnen in den Foren des MOOC. Diese Foren haben den Vorteil, dass ein bestimmtes Thema wirklich zeitnah diskutiert wird, nämlich solange die jeweilige Einheit aktuell ist. Die Diskussionen in MOOC-Foren können daher deutlich intensiver ausfallen als in anderen Foren im Internet. Weiters kann man außerdem andere Erwachsenenbildnerinnen dabei beobachten, wie sie Lerninhalte digital aufbereiten und wie sie digitale Lernprozesse gestalten. Das ist zwar offiziell nicht das Lernziel, aber MOOCs bieten auf diese Weise eine gute Gelegenheit, sich abzuschauen, was einem gefällt und die Fehler anderer selber zu vermeiden. Und schließlich macht man im MOOC selber einfach eine digitale Lernerfahrung. Man schlüpft dabei wieder in die Rolle des Kursteilnehmers oder der Kursteilnehmerin, diesmal eben in einer digitalen Umgebung. Besonders für Erwachsenenbildnerinnen, die künftig ihre Lernangebote stärker digital gestalten möchten, ist das eine hilfreiche Erfahrung. Wir haben natürlich ein vitales Interesse daran, dass sie mit uns bis zum Ende des Kurses dranbleiben. Wir wissen ja, dass die einzelnen Einheiten sehr unterschiedlich sind und gerade auch die letzten Einheiten nochmal viel zu bieten haben. Und wir sind auch überzeugt, dass der eB-MOOC nur in Summe die volle Lernerfahrung bietet. Daher haben wir jetzt noch ein paar Tipps für Sie, wie Sie das Lernen in diesem MOOC für sich möglichst gut gestalten können. Verschaffen Sie sich zu Beginn jedenfalls einen guten Überblick über die Inhalte. Und tragen Sie die Zeit für den eB-MOOC wirklich fix in Ihrem Kalender ein. Zusätzlich erinnern wir Sie per E-Mail, wenn eine neue Einheit freigeschaltet wird. Machen Sie sich auch gleich mit den Video-Optionen vertraut. Die Videos kann man einmal oder öfter ansehen oder auch unterwegs anhalten, indem man links auf das Pausen-Symbol klickt oder tippt, das sich dann in ein Play-Symbol ändert. Wenn Sie dann erneut auf Play klicken, dann läuft das Video weiter. Wir stellen die Transkripte und Übungen zum eB-MOOC auch in Textform bereit und empfehlen Ihnen, sie auszudrucken und eine Kursmappe mitzuführen. Der nächste Tipp ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Machen Sie die Übungen zur Einheit und wenden Sie die Tools, die Ihnen gefallen, auch gleich im Alltag an. Außerdem hat es sich bewährt, das eigene Lernen im MOOC in einem Lerntagebuch zu reflektieren. So lernt man nicht nur etwas über die Inhalte, sondern auch darüber, wie man persönlich in einem Online-Angebot wie diesem am besten lernen kann. Die Arbeit von Martin Ebner zum Kurs Gratis Online Lernen hat auch gezeigt, dass der Austausch viel zum erfolgreichen Kursabschluss beiträgt. Notieren Sie daher eventuelle Probleme und besprechen Sie diese im Forum oder auch im Webinar oder in Ihrer Begleitgruppe. Webinare sind ja eine freiwillige Ergänzung und eine tolle Möglichkeit zum persönlicheren Kontakt. Da können Sie, wie gesagt, am Anfang auch einfach mal so dabei sein und zuhören und mit dem Format des Webinars vertraut werden. Wenn Sie nicht sowieso an einem Begleitangebot teilnehmen, dann kann es auch gut sein, sich im eB-MOOC nach einer Bezugsperson umzuschauen, zum Beispiel im Forum. Oder Sie könnten auch jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld über Ihre Teilnahme am eB-MOOC erzählen. Das ist auch ein alter Trick, um die Selbstverpflichtung zu erhöhen. Lassen Sie sich auch ruhig durch die Zertifikate für den eB-MOOC motivieren. Der abgeschlossene eB-MOOC wird ja von der Weiterbildungsakademie im Rahmen der individuellen Anerkennung mit einem ECTS im Kompetenzfeld Informationsmanagement verrechnet. Außerdem gibt es die Kursbestätigung im PDF-Format. Dafür müssen Sie in allen Tests jeweils 75 Prozent richtig haben, aber Sie können ja alle Tests im eB-MOOC mehrmals wiederholen. Zusätzlich zur Kursbestätigung gibt es auch Badges. Das sind digitale Sticker oder Abzeichen, die an eine E-Mail-Adresse gekoppelt sind und von Seiten des technischen Betreibers verifiziert werden. Hier also von der Technischen Universität Graz. Diese Badges haben durch die Verifizierung einen hohen Wert. Wir informieren Sie dazu noch nach der letzten Kurseinheit genauer. Und schließlich ein alter, simpler und trotzdem immer wieder mal wirksamer Tipp. Gönnen Sie sich eine persönliche Belohnung, wenn Sie am eB-MOOC vollständig teilgenommen haben. Wir sind nun gleich am Ende dieses Videos und auch zu dieser ersten Kennenlerner-Einheit gibt es ja schon eine kleine Aufgabenstellung. Und diese Aufgabenstellung sieht folgendermaßen aus. Legen Sie sich jetzt bitte ein persönliches Lerntagebuch an, in einer Form, die Ihnen sympathisch ist und die Ihnen gefällt. Und notieren Sie darin gleich mal Ihre Erfahrungen zur ersten Einheit. Beenden Sie den Tagebucheintrag bitte mit einem Fazit oder einem Vorsatz. Und zwar wirklich einem Vorsatz Ihrer Wahl, der niemand außer Ihnen selber etwas angeht. Das ist übrigens ein Tipp aus der Schreibdidaktik, der sich für alle Arten von reflexiven Texten sehr gut bewährt hat. Zuletzt noch was Pragmatisches. Schauen Sie sich bitte Ihren Kalender für die nächsten sechs Wochen an und überlegen Sie sich ganz konkret die bevorzugten Lernzeiten, zu denen Sie sich mit dem eB-MOOC auseinandersetzen werden und tragen Sie diese wirklich im Kalender auch ein. Ja, das war's fürs Erste. Werden Sie aktiv und bleiben Sie bitte mit uns dran. Ja, das war's für Sie.